Ahoi und herzlich willkommen auf jeden Fall heute zu einem weiteren Video und heute dreht sich alles um Vor- und auch Nachteile bei Vivi, die existieren, denn ich möchte auch nicht immer nur das super Positive an Vivi hier beleuchten, sondern auch die Nachteile, die es bei Vivi gibt, die auch reell sind, wie auch die Vorteile und das schauen wir uns jetzt heute mal an. Dieses Video dient unter anderem für alle Leute, die bei Vivi erstmal einsteigen wollen und erstmal sehen wollen, okay, was gibt mir Vivi denn hier überhaupt für Möglichkeiten und was für Möglichkeiten kann ich nutzen, aber auch was für Nachteile bringt diese Sache hier mit sich, denn mit Vorteilen kommen auch gleichzeitig immer Nachteile dazu und ja, wie gesagt, die schauen wir uns jetzt heute einmal an. Insgesamt kann man sagen, wie ihr hier schon seht an dieser kleinen Veranschaulichung, es gibt eindeutig mehr Vorteile als Nachteile hier bei Vivi und ja, den ersten Vorteil, den habe ich jetzt hier einmal für euch dabei und nämlich der erste Vorteil ist nämlich, dass extrem hohe Summen an Geld schnell möglich sind. Was ich damit meine ist ganz einfach, zum Beispiel mal als Beispiel hier mein Mickey Mouse Ultra Rare, ich habe das Ganze hier für 60 Gems gekauft und das Ganze war dann zwischenzeitlich oder ist momentan um die 4000 Gems wert. Da seht ihr, ich glaube, das muss ich jetzt auch nicht weiter erklären, dass das ein extrem riesiger Sprung ist. Ich habe hier mehrere hundert Prozent in ein paar Minuten oder in einer Sekunde durch das Buy Now Klicken sozusagen bekommen und dadurch, dass der Floorpreis ja auch noch steigt oder auch nochmal fällt, bekommt man dann mehr oder weniger auch die Gems. Was hier auch dabei der Vorteil ist, man muss häufig nicht einen super großen Einsatz wie zum Beispiel bei NFTs auf OpenSea machen, wo es dann teilweise schon bei 200, 300 Gems losgeht, sondern wie ihr seht, bin ich hier mit 60 Gems reingegangen. Das heißt, der Drop hat 60 Gems gekostet und der Floorpreis danach bzw. momentan ist um die 4000 Gems. Ich denke, Mathe kann jeder von euch denken, das muss ich jetzt nicht erklären, aber ihr seht, hier ist auf jeden Fall eine extrem krasse Preissteigerung möglich. Natürlich kann der Preis auch nochmal fallen. Da muss man immer auch schauen, wenn man dort einkauft, wann man einkauft, zu welcher Zeit und so weiter und so fort. Dann ein weiterer Vorteil ist nämlich, dass es mehrere Kategorien gibt an Collectible-Arten bzw. hier an Arten von NFTs. Wir haben hier einmal die Comics-Section von Marvel, dann haben wir einmal die Collectibles allgemein und einmal noch Briefmarken. Und hier vieles weiteres kommt auf jeden Fall auch noch in nächster Zeit. Wir sehen zum Beispiel von Deas Automobile und Citroën Concept-Car-NFTs und das wird extrem interessant sein, was das dann sein wird. Und die ganzen Sachen werden dann wahrscheinlich auch nutzbar werden irgendwann im ViviWars und das wird extrem interessant werden. Und das ist auch mit einer der Vorteile, die man hier bei Vivi hat. Man hat mehrere NFT-Arten, sag ich jetzt mal so, die man hier auf der App erwerben kann. Das stellt natürlich eine enorme Vielfalt hier für einen Sammler dar. Wenn hier jemand zum Beispiel Briefmarkensammler ist, kann er hierher kommen. Wenn jemand nur Collectibles sammeln möchte, kann er auch nur Collectibles sammeln. Wenn man aber auch nur Comics sammeln möchte, kann man auch nur Comics sammeln. Das finde ich auf jeden Fall recht cool, dass man das hier in mehrere Sektionen aufgeteilt hat und auch mehrere Kategorien einfach dabei hat, um wirklich für jeden Sammler etwas dabei zu haben. Anschließend ist mit einer der größten Vorteile bei Vivi, dass wir hier wirklich lizenzierte Collectibles haben. Und das heißt, lizenziert zum Beispiel von Disney, von Cola, von Marvel, von zum Beispiel MGM bzw. 007, Universal, aber auch zum Beispiel die USPS. Und das ist extrem, extrem vorteilhaft natürlich für diese NFTs, denn dadurch entsteht eigentlich häufig auch erst der Wert der NFTs. Denn hinter einer Lizenz steckt zum Beispiel auch ziemlich viel Geschichte. Ich meine, wenn man sich mal Disney anschaut, Disney ist heutzutage extrem riesig und diese haben jetzt einfach hier auch mit Vivi Collectibles rausgebracht, die natürlich zum Beispiel wie Mickey Mouse extrem bekannt sind und einfach, ja, auch einfach eine Geschichte haben. Und bei Mickey Mouse muss man ja zum Beispiel auch sagen, das ist aus einem der ersten Filme, die überhaupt der Menschheit zur Verfügung gestanden haben, wo Ton und auch Bild synchronisiert waren und das ist extrem einzigartig in dem Fall. Und dass man dann sowas hier auf Vivi hat, ist schon auf jeden Fall eine Premiere, die man auf jeden Fall nicht verpassen sollte. Auf jeden Fall, Lizenzen sind hier das A und O bei Vivi und davon lebt auch Vivi. Und das ist mehr oder weniger hier auch der fundamentale Baustein von Vivi, weswegen das Ganze auch so einen Wert hat teilweise von den Collectibles. Dann kommen wir mal noch zu einem weiteren Vorteil und zwar bietet nämlich Vivi einen Marketplace an, wo man alle Collectibles verkaufen kann. Hier ist auf jeden Fall die Sicherheit gewährleistet, dass wenn man hier ein NFT kauft, dass man das erstens bekommt und dass das zweitens wirklich das NFT ist, was man haben möchte und dass man da einfach diese Sicherheit hat. Außerdem kann man dann hier außerdem noch alles sehr schön und einfach eigentlich einstellen, ist recht benutzerfreundlich meiner Meinung nach. Und deswegen ist das auf jeden Fall auch ein weiterer Vorteil hier für den Vivi Markt. Dann haben wir noch einen weiteren Vorteil und zwar nämlich Immutable X. Und Immutable X ermöglicht uns hier einen richtig großen Schritt, nämlich in das Ethereum Netzwerk. Und das Ethereum Netzwerk hat extrem viele Projekte, ist die größte Blockchain überhaupt, die wir momentan haben und hat einfach eine hohe Kompatibilität mit vielen anderen Projekten. Was natürlich für uns auch sehr positiv ist, denn so können wir zum Beispiel auch von anderen Projekten profitieren. Wir können uns damit connecten bzw. Vivi kann sich damit connecten und dadurch können zum Beispiel auch sehr interessante Kollabos in der nächsten Zeit außerdem entstehen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden, was wir dann dort für Kollabos sehen können und auch was für Kompatibilitäten wir dann zum Beispiel mit anderen Projekten auch sehen können. Vieles weitere bekommt ihr natürlich hier auf meinem Channel dann zu hören, falls es dort irgendwelche Neuerungen gibt. Ein Vor- und auch Nachteil ist das Cashout-Prinzip, das MTL-Programm. Da muss ich tatsächlich sagen, ist es momentan noch ein Nachteil, wird aber in der Zukunft ein Vorteil sein. Und was ich damit meine ist nämlich, dass das MTL-Programm momentan so in der Weise, wie wir es haben wollen, noch nicht existiert. Wir haben momentan einfach noch kein Auszahlungsprogramm zu diesem Zeitpunkt, heute am 8.1. Und ja, das ist leider so und das Ganze wird aber kommen. Und wenn das Ganze kommt, dann ist es ein riesiger Vorteil für Vivi. Ich gehe jetzt aber ganz kurz darauf ein, was für einen Nachteil das momentan für uns hier hat. Denn wir haben momentan einfach den Nachteil, man kann seine Gems nicht auszahlen, alles bleibt in der App und man kann seine Profite nicht wirklich realisieren. Das ist ein großes Problem und hier kommt dann das MTL-Programm. Das bringt uns dann den Vorteil, dass wir wirklich unsere Gems, die wir zum Beispiel durch einen Verkauf eines Collectibles verdient haben, wirklich auch in reales Geld umsetzen können. Und das ist auf jeden Fall extrem positiv, denn so hat man halt auch einfach die Möglichkeit, Gewinne zu realisieren und auch wirklich die Sicherheit zu haben, dass wenn man Geld in die App reinsteckt, auch Geld wieder rausnehmen kann. Was für Investoren, wie auch für alle anderen Anleger auf jeden Fall ein extrem wichtiger Punkt ist, um hier an den einzusteigen. Und ich denke mal, hier mit MTL werden wir mindestens nochmal an die 500.000 bis 1.000.000 Leute dazu bekommen. Denn das ist wirklich ein Punkt, was die meisten Leute einfach davon abhält, hier bei Vivi noch rein zu investieren, weil sie jetzt sagen, hey, ja, man kann auch nicht auszahlen, dann investiere auch nichts rein. Ist auch eigentlich nicht falsch, ist halt immer ein Risiko, wenn man hier in sowas investiert und man eigentlich nicht auszahlen kann. Dann kommen wir zu noch einem mitunter sehr, sehr coolen Vorteil und zwar hat man bei der Vivi App seinen eigenen Showroom. Das heißt, du kannst sozusagen deine Collectibles in einem eigenen Raum platzieren. Das Ganze kannst du dann auch noch mit AR verfügbar machen. Das heißt, du kannst dann deine Gegend scannen, kannst dann sogar deinen Raum in AR betreten. Du kannst aber auch deine Collectibles in AR platzieren. Das heißt, in der richtigen Welt, wie man das zum Beispiel hier einmal sieht, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und es ist auch Interaktion in AR möglich. Das heißt, wenn du zum Beispiel dein Collectible, was animiert ist, hier einmal in der realen Welt platzierst und dann einmal draufklickst, zum Beispiel, dann bewegt sich das und macht zum Beispiel seine Interaktion, was extrem cool ist und was auch recht einzigartig ist im ganzen NFT Space. Und was ich persönlich auch sehr, sehr cool finde, tatsächlich auch an Vivi, was dort auf jeden Fall auch einen Pluspunkt von meiner Seite bekommt. Außerdem könnt ihr natürlich hier einmal ein Foto machen und ihr könnt natürlich dann, wie gesagt, hier einmal den AR-Modus auswählen und dann sozusagen das Ganze changen. Wie gesagt, geht einmal hier mit dem Showroom selber und auch dann einmal in der realen Welt. Dann kommen wir zu einem Punkt, ja, den viele Leute vielleicht nicht so wollen, aber der existiert, nämlich die Nachteile an Vivi. Wie schon eben angesprochen, ist auf jeden Fall ein Nachteil momentan noch mit MTL, das man halt nicht auszahlen kann. Aber wie gesagt, das ist so ein Vor- und Nachteil, da es ja momentan eigentlich in der Produktion ist und auch bald erscheinen wird, wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Monaten. Kommen wir zum ersten Nachteil und das ist ein ganz simpler Nachteil, denn ja, jedes Investment hat auch immer das Risiko, auf Null zu gehen. Und das ist natürlich bei Vivi ein hohes Risiko, denn Vivi ist noch ganz am Anfang. Sie sind noch ganz am Anfang ihrer Karriere, beziehungsweise auch des Aufbauens. Viele Projekte laufen noch nicht so, wie sie wollen und manche Projekte verzögern sich auch einfach. Das ist natürlich für Investoren hier auch eine Sache, um zu sagen, hey, vielleicht warte ich noch mal ein bisschen ein, zwei Jahre, bis das Ganze wirklich gefestigt ist und dann steige ich ein. Für alle Leute, die natürlich jetzt reingehen, ist es natürlich auch immer ein sehr, sehr hohes Risiko. Allgemein ist es natürlich immer bei jedem Investment so, dass das Risiko besteht, dass alles auf Null geht. Und deswegen auf jeden Fall ein ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr hier rein investiert, dann macht das bitte nur mit Geld, was ihr auch zu 100% verlieren könnt, wo ihr von nicht abhängig seid. Und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt hier für euch. Was natürlich auch ein extrem riesiger Nachteil ist, ist nämlich dieser Nachteil, dass man seine Collectibles nicht aus der App holen kann und zum Beispiel auf einen Ledger packen kann. Ein Ledger ist mehr oder weniger wirklich ein safes Wallet, wo du deine Collectibles sozusagen auf der Blockchain dann speichern kannst. Und das ist leider momentan noch nicht gegeben. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir hier auf jeden Fall dieses Feature, beziehungsweise nicht unbedingt vielleicht auf dem Ledger, sondern von Ecomis eigenem Wallet, das auf jeden Fall erwarten können, dass das Ganze dann auch bald, beziehungsweise spätestens überhaupt nächstes Jahr dann verfügbar ist. Denn das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Denn es kann ja auch passieren, dass zum Beispiel Vivi down geht, irgendwie gehackt wird, warum auch immer alle NFTs plötzlich weg sind. Das ist halt einfach auch ein Risiko und dann ist das Geld, was man dort rein investiert hat, einfach weg. Und dafür wird Vivi wahrscheinlich auch nicht haften. Und ja, deswegen muss man auf jeden Fall schauen, ob man jetzt dort rein investieren möchte, wenn halt nicht diese Sicherheit gegeben ist. Aber ich denke auf jeden Fall, wir können hier zuversichtlich sein, dass wir auf jeden Fall das in naher Zukunft auch machen können. Es wurde auch schon angekündigt, dass es das irgendwann geben wird. Man muss sich nur diesem wirklich Nachteil, wie auch diesem Risiko, auf jeden Fall bewusst sein. Dann kommen wir zu einem weiteren Nachteil und zwar nämlich Botting, beziehungsweise Betrügen in der App. Was ich damit meine, ist eigentlich ganz einfach. Wie zum Beispiel hier bei einem wirklich sehr, sehr niedrigen Drop, hat hier jemand nämlich einfach zwei Amazing Spider-Mans bekommen, was eigentlich so gut wie unmöglich ist, hier zu bekommen, außer durch Botting. Und das ist natürlich sehr, sehr unschön, denn so hat hier vielleicht der ein oder andere nicht dieses Collectible bekommen. Was sehr, sehr schade ist, denn wenn ihr euch mal die Collectibles hier anschaut, die sind hier um 2.000 bis 3.000 Euro, beziehungsweise Gems wert. Und das ist natürlich sehr, sehr schade für jeden, der dann dort nichts bekommen hat. Denn der hat jetzt momentan hier tatsächlich ein Collectible, was um die 2.800 bis 3.000 Gems wert ist. Und ja, für jeden natürlich, der das nicht bekommen hat, ein extremer Nachteil. Und da ist Vivi auch tatsächlich dran, das Ganze zu bearbeiten. Das Ganze ist nur extrem kompliziert, weil man natürlich immer die Leute hat, die da immer wieder nachschauen, okay, welche Lücken gibt es doch, die wir ausnutzen können. Und das lässt sich leider auch nicht vermeiden. Außerdem gibt es natürlich Preismanipulationen, die Großinvestoren nutzen. Und das ist natürlich jetzt aber hier auch kein Problem, was nur Vivi hat, sondern ein allgemeines Problem. Und ja, das ist halt einfach so, da muss man halt auch einfach schauen, wann steigt man jetzt ein, wann kann man sozusagen die Whales outplayen, sage ich jetzt mal so. Und wann ist der beste Zeitpunkt einzusteigen? Da kann ich auf jeden Fall EcomiWiki empfehlen. Dort hat man sozusagen auch eine sehr, sehr schöne Linie, beziehungsweise einen sehr, sehr schönen Chart, wo man sieht, wo der Preis sich wie entwickelt hat. Finde ich sehr hilfreich, auf jeden Fall immer für einen Einstieg. Denn so kann man schauen, okay, wo war der Preis schon? Wo liegt der momentan? Ist es jetzt gerade klug einzusteigen? Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Dann ein weiterer Nachteil ist das sehr schnelle Sold Out. Und das ist natürlich leider ein Problem, was man nicht beheben kann. Denn wenn zum Beispiel von einem Comic nur 1000 Editions da sind, dann ist es natürlich klar, dass wenn zehntausende Leute dort darauf klicken, dass nicht jeder was bekommt. So passiert das, dass es wirklich in Millisekunden ausverkauft ist. Und so häufig sehr, sehr schwer ist für jeden Normalen dort etwas zu bekommen. Weswegen es halt für Leute, die botten, natürlich sehr interessant ist, da natürlich die Technik häufig den Leuten bzw. der Menschheit überlegen ist. Ist auch ganz einfach und lässt sich halt auch leider nicht vermeiden. Das ist leider so. Und damit müssen wir irgendwie leider leben. Und Vivi muss da irgendwie das Beste draus machen, dass die Bots da so gut es geht, auf jeden Fall blockiert werden. Hier muss man aber auch dazu sagen, das ist momentan noch ein Nachteil. Das Ganze wird sowieso jetzt bald umverlagert in einen Warteraum. Dort wird man dann sehen, was für Nachteile dort dann auf uns zukommen. Das ist aber momentan der existierende Nachteil. Außerdem ist es, wie auch schon gesagt, sehr, sehr schwer, dort was zu bekommen und deswegen auch sehr schwer, häufig für Anfänge etwas zu bekommen, was dann auch häufig mit sehr viel Enttäuschung und Frustration natürlich verbunden ist. Für uns OGs ist es natürlich auch etwas frustrierend, wenn man mal nichts beim Drop bekommt. Aber für Leute, die wirklich noch nie etwas bekommen haben und schon bei Vivi vielleicht ein, zwei Monate sind, ist das halt einfach sehr, sehr traurig und das tut mir auch wirklich leid für jeden, der dort nichts bekommt. Es ist halt leider aber so, dass natürlich nicht jeder was bekommen kann. Trotzdem hoffe ich auf jeden Fall, dass dann bald mit dem Warteraum dort dieses Problem gelöst ist und auch jeder mal die Möglichkeit bekommt, etwas von dem Drop zu bekommen. Dann ein weiterer Nachteil, wo ich jetzt etwas vorsichtig sein muss, da das ein etwas gefährliches Halbwissen ist, was ich euch jetzt hier mitteile. Deswegen, diese Angabe ist jetzt wirklich völlig ohne Gewehr. Das ist ein Halbwissen, was ich mit einem Kollegen letztens mal ausgetauscht habe von Vivi und das ist wirklich jetzt hier nur in Klammern. Das ist wirklich nur etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte und mal auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Denn es ist nämlich so anscheinend, dass alle Besitzer nur auf der Blockchain vermerkt sind und nicht das Collectible selber. Denn wie ihr vielleicht wisst, die Collectibles sind schon sehr, sehr aufwendig von der Textur und das ist natürlich dann auch extrem groß von der Datei. Und wenn man diese Dateien dann auf eine Blockchain speichern würde, würde das die Blockchain einfach sprengen. So hat das Vivi ganz einfach gelöst eigentlich und hat hier sozusagen nur die Besitzer auf der Blockchain markiert beziehungsweise in eine Art Dokument gepackt und gesagt, hey, dem User gehört dieses Collectible und fertig. Das ist natürlich ein sehr, sehr interessantes Ding beziehungsweise auch ein großer Nachteil, denn so ist man nicht der direkte Besitzer des NFTs, sondern hat mehr oder weniger nur einen Vertrag und leider nicht das Collectible selbst. Das wird sich hoffentlich irgendwann auflösen in Luft, denn das wäre auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, was das Ganze natürlich dann auch wirklich zu einem NFT machen würde, wenn man das NFT wirklich selber besitzen kann außerhalb der App und das werden wir auf jeden Fall sehen. Vielleicht wird das mit Immutable X dann möglich beziehungsweise mit Ethereum. Ich denke mal schon, aber wie gesagt, diese Daten sind hier wirklich absolut ohne Gewehr. Das ist wirklich sehr gefährliches Halbwissen, aber ich wollte es ja einfach mal mit aufgreifen, um euch darauf hinzuweisen, dass das möglicherweise so existieren könnte. Ich bin mir wie gesagt nicht sicher, deswegen erwähne ich das jetzt auch so häufig, dass es wirklich nur gefährliches Halbwissen ist und das nicht zu 100% bestätigt ist. Das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war informativ für euch und konnte euch in irgendeiner Weise weiterhelfen, euch hier einmal ein Bild zu schaffen, was Vivi für Nachteile, aber auch für Vorteile mit sich bringt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Like, ein Abo oder auch sehr gerne einen Kommentar da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und auch unterstützen. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Macht's gut und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.